Moin moin liebe Leute und willkommen zur neuen Episode von WinCraft. Ja, richtig gehört, heute ist Sonntag, wie immer kommt dann WinCraft, was ich eigentlich schon seit den letzten Wochen ganz weit mache. Wir werden heute eine wahrscheinlich etwas längere Quest anfangen, und zwar Jungle Fever. Und dann sollen wir natürlich mit Woret in Jungle Village reden. Das einzige Problem, was ich gerade habe, ist, dass die Server ziemlich instabil sind und es teilweise heftigst herumlegt. Und deshalb müssen wir einfach ein bisschen vorsichtiger sein, ja, aber so ein bisschen, na, uns zurückhalten, um das Ganze hier vielleicht, äh, nicht in einem Desaster, in einem Desaster halten zu lassen. Ach, komm schon. Rechts, rechts, links. Ach, komm. Na, na, mhm, 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 was soll ich auch für sein? Also. Und, wie lange dauert's, wie lange dauert's, wie lange dauert's? Wie lange dauert's, wie lange dauert's? Ah, da sind die halt endlich. Ich glaube, ich versuche, ich versuche mal den Server zu wechseln. Hm, 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 hm. Ja, ungefähr so. Oh, Gott. Wollen wir, ist die Lobby voll. Ja, und so, 30 ist down. So, 28 ist offline. Uh, uh. 24 ist voll. Äh, ich nehme aber irgendeinen, der... ...bisschen ausgelöstet ist, und von dem weiß man dann ja, dass der Server... ...bisschen stabiler laufen muss. Und dann scheint er durchaus. Durchaus. Fackeltest. Okay, es klappt. Jo. Server 7. Äh, schon, 19. 19? 19. Okay, dann ab zu Vorred, würde ich mal sagen. Jetzt mal hier Resistenz geben, weil wir hier jetzt an Dead Miner vorbei müssen. Die nerven ein bisschen, sondern bringen jetzt auch ziemlich viel XP. Muss man so einen kleinen Kompromiss daraus machen. Ich trainiere persönlich noch nicht bei ihnen. Trainiere wahrscheinlich später, wenn man ja mal stärker ist. Mit Mann, in diesem Fall ich gemeint, ne? Weiß mehr. So, jetzt, äh, huh, mein Mana wieder aufladen. Das weiß man ja. Vorbei in den ganzen Rotten Zombies. Und natürlich doch die Emeralds aufsammeln. Immer wieder gerne. Dann, äh, hier lang, würde ich mal sagen. Ja, da vorne. Guard Golem, ein Slime auf einer Kiste. Will man natürlich nicht sehen. Dann hauen wir hier mal ins Jungle Village ab. Also, ich glaub, ja, die Kiste wird einer der längeren. Nachdem, was ich schon mal von der Kiste weiß. Das weiß ich eigentlich nicht viel. Hm, aber egal. Vorred. Oh, I'm so happy to see you, Kaur. I caught a very bad fever and I really need help. The only cure against this fever is two liquid emeralds. Yes, exactly, Kaur. Do you think you could ask the banker of Daedlas if he could give me, oh, I don't know, 64 liquid emeralds? Ho, ho, ja, nach Daedlas. Aber das ist der Grund, warum ich diese Quest hier jetzt ein bisschen länger eingestuft hab. Es ist einfach nur, äh, ja, eine Heidenarbeit, ganz, am Laufen mal zwischen den ganzen Städten herum zu wandern. Und deshalb wär ich bei meinem nächsten Besuch in Daedlas mir auch mal, oder, ne? Oder ich mach's besser. Ich lauf, ich lauf erst mal zurück nach Troms. Ich lauf erst mal zurück. Ah, Gott. Oh, 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 oh. Uh, hei, hei, hei. Okay, großes Lime ist schlecht. Obwohl, das wusste man, glaube ich, auch schon vorher, aber, na, jetzt wurde es nochmal unterstrichen. Großes Lime ist schlecht, immer noch. Ach, zwei Eisentypen. Yo, hallo, Eisen, yo, Eisen. Eisen, 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 alles Eisen. Nein. Ich glaub, ich wechsle mal zwischen den Klassen. Oh, Gott, werden wir schon von denen reden. Oh, Gott, in dem Deadminer drin gespawnt. Ja, das ist ja super. Während ich wie nervös auf meine, äh, Tab-Taste herumdrücke. Naja. So, wir sind in Troms. Ich geh mal hoch zur Bank. Wir wechseln jetzt mal zwischen Klassen herum. Das nutzen wir hier jetzt mal. Äh, also einfach nur die, halt, dieses Feature, dass jede Klasse einzeln genommen wird und man mit der Bank zwischen die ganzen Klassen herum wechseln kann. Das nutzen wir mal. Wir gehen jetzt also hier in die Bank rein. Wir benutzen ungefähr slash Klaas. Perfekt. Oh, ich bezahlt das hier mit meinem Archer. Ne, will ich auch nicht. Ah, ich hab hier also Zugriff auf die Bank, blablabla. Troms, Scrolls, hab ich ja genug. Das leg ich mal zusammen. Äh, ja. Ab nach Deadlass, würde ich mal sagen. Na, der Weg von hier, also von Nesak nach Deadlass, der euch kürzer sein sollte, als der von Almush nach Deadlass in Almush, äh, oder so, in der Gegend von Almush befindet sich mein Mage. Ja, also, lauf ich ja auch hier mit meinem Archer. Sieht auch mal über den Archer, ja, zum Beispiel, also, äh, eine Rarität, oder Rarität, ja. Eine Rarität in meinem, äh, Let's Play von Minecraft, was ich hier als Display gelabelt hab, aber, na, man sollte gleich wissen, was es ist. Sonst wollen wir uns ja nicht gucken, ne, so wie ne, äh, ne Packung, wo eigentlich Essen drin sein sollte. Hm, ist natürlich auch schlecht dran, wenn man nicht, wenn man da kein Essen dran ist. Na, dann, da vorne sind wieder zwei. Haha, und hier komm ich. Warum will ich da eigentlich nicht auf meinem Pferd? Ich will jetzt gar nicht. Oh, oh, ne Quest. Zwei Luchests. Zweiunddreißig, für 62 Emeralds. Ah, die Luchests hier vorne ist weg. Okay. Ja, da sieht man auch mal das, äh, Mission, äh, das Missionsfeature. Einmal so, alles ins Deutsche gemacht, nur, joch, sollte gleich passen. Missionsfieber, und, und, und. Und, ja, Missionsfieber, und, ja, Missionsfieber, und, ja, ich glaub mich dann wirklich, wie ich die Quest machen soll. Entschuldigung, ähm, die Mission machen soll. Please wait before trying open loot chests. Please wait before trying open loot chests. Oh, yeah. Boah, Mann. Wie soll ich denn dann hier die Mission machen? Kontroverse, kontroverse. Ja, dann sind wir hier auch schon am Lagerfeuer. Und ist, ja, ja, okay. Nicht so stark lag. Also, ich, das ist halt das Gute daran, ne, wenn man Adventure-Modus ist, kann man auch irgendwie, auf jedem Server, egal wie, immer etwas zerschlagen, so, um zu gucken, ob man selbst noch herum laggt. Und, ja, da haben wir zum Beispiel das Go-Bot auch rechts, da bin ich grad von 6 Minuten und einer Sekunde einmal runtergesprungen. Ja, toll. Ähm, ja. Also, da kann man immer wieder so ein paar Sachen nach, äh, so gucken, nur. Du, ihr zerschlägt, ihr zerschlägt einfach irgendwas, das wird ja nicht angezeigt, aber auf eurem Bildschirm, je länger es dauert, dass, äh, das Item dann, oder, dass dieser Block dann wiederkommt. Ja, das ist eben euer Lack. Wie zum Beispiel das hier. Die Zeit bleibt stehen, bei 33 Sekunden, jetzt ist es noch einmal 19. Where can I find bad ears? Oh, bad ears. So, und dann mach ich hier, äh, ja, tue ich mir mal einen Gefallen, hole mir ein paar Blöcke raus, forme die mal um. So. Nur so ein paar Blöcke, ne, weiß man ja. Ach, komm schon, handeln mit mir! Handeln mit mir! So, geht doch. So, drei Blöcke umgewandelt. Dann ab zum Scroll Merchant. Und, dann müssen wir das Ganze einmal kaufen, und dann wird zurückgehen. Äh, ein Stack, das sind drei Stück, okay. Das kann auch mal so. So. Den Rest schweige ich mir dann auf, falls ich mal nach Almusch muss, dann, äh, benutze ich das dann einfach, ne? Das Geld, was ich hier jetzt umgewandelt habe. Hm, ist wie eine Währung, ja? Ach ja, es ist ja die Währung, uh. So, äh, nee, zuerst das dann zurück. So, Wechselgeld kommt dann da rein, ne? Und, Deadlast Teleportation Scroll. Und, weg mit mir! Boom, tschakalaka, er ist weg! Und, oh, leck! Oh, oh mein Gott, der Klopf ist weg! So, da sind wir. Wow! Wirbelstor! Nein, äh, komm schon, öffne dich! Sesam, öffne dich! Ah, geht doch. Ähm, so. Und, 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 teleportier mich, teleportier mich, drück rechts, linke, drückt! Werde ich teleportiert? Ja, ehrlich! Woo! Ey, teleportiert worden. So, dann ab mit dem, äh, mit dem Banker reden. Yo, der Banker. Der Banker, der Banker. Der Banker, der Banker, 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 Banker. Banker, der Banker. Der Banker, und... Und, shot. Ach, das ist derzeit hinter dem Windcraft-Logo. Ja. 64 liquefied emeralds. He is crazy. Liquefied emeralds cannot cure anyone from anything. I will not participate in this pathetic fraud attempt. Oh. Yo, jetzt muss ich gleich zurück mit zu dem, oder? Bring back the bad news to Vorrit. Und, das ist der Grund, warum ich mir ein paar, äh, Troll, äh, Troll, äh, Troll, äh, Tromscrolls gekauft hab, ne? Ich weiß, es wär besser gewesen, wenn ich mir, wenn ich die Quest The Passage, äh, früher gemacht hätte. Oder hier allgemein hier vorgemacht hätte, aber, naja, das, man merkt ja auch immer, äh, erst danach. Was gut für einen ist. Für einen selbst ist. Hm. Haha, naja. Jungle Fever. Äh, Teil 3 von der Quest. So, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, ja? Ich mein, man hat ja wohl deutlich gesehen, wie viel Schaden der allein gemacht hat. So ein, äh, Jungle Slime. Zu viel. Auf jeden Fall. Zu viel. Und das ist auch immer das Risiko bei Wingcraft, wenn man herumlaggt, ja? Dann spawn die Mots auf einmal in dir drin und du hast keine Chance, keine Chance, ihn auszuweichen. Also, seid aber vorsichtig, ja? Sonst endet ihr dann genauso wie ich, während ich hier nochmal... Ah, weg mit dir. Na, na, na. Na, na, nein. Er geht runter. Er geht runter. Nein, nein, nein. Guck mal schon. Na. Ah, ich kann nicht schlagen. Frechheit. Oh, leck. Ah, nee, doch nicht. Oh. Sah so aus. Okay, gute Nachrichten. Das leckt grad nicht. Ja, das sind die Server, die grad ein bisschen instabil sind. Passt ja immer mal wieder. Da geht's immer weiter Zeit, da läuft das richtig flüssig durch. Da hat man einfach ein gutes Gefühl, ja? Und ich hab gar nicht, ist kein gutes Gefühl, wenn ich die beiden da vorne sehe. Die Slime-Phobie, ja? Am Anfang von Jungle Fever. Das finde ich ja mal große, große Klasse. Da rennen wir die Träume wieder hoch. Und die Quest ist weg. Die Quest ist weg. Die Miss-Schon ist weg. Die Miss-Schon ist weg. Weg, 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 weg. Ist sie. Und dann gehen wir wieder zurück. Oh no, how will I ever cure my sicknesses without any liquefied emeralds, Corp? We will have to change our strategy. We won't ask for permission. It's to help me, after all. First, I need to make sure you can easily break into the bank. Try to enter Daedalus Secrets Dash. Then, when you're done, talk to me again. Be careful, too. We might have some guardians. Some guards, schau ich mal. So, was sind jetzt? Vor mir auf das Quest-Bug. Ah, da reinkommen, ohne zu sterben. Und wieder zurück. Ich glaube, ich sollte mal die Scrolls einfach mitnehmen. Muss nicht am Laufen, weil wir zurücklaufen. Hm, wäre keine allzu schlechte Idee, während da die Schleimens wieder da sind. Ah Gott, na. Penis. Na, schütt. Okay, es leckt so sehr rum. Ich meine, man hört die Geräusche. Ah, nur so passiert nichts. Hm, auch so ein eigenartiges Gefühl, ne? Man hört die Geräusche, es passiert aber mal so absolut gar nichts. Während ich hier meinen dauerhaften Lacktester habe. Okay, es leckt so ein bisschen. Hm, na, der Lacktester. Das Motto der Folge, Lacktest. Oh, XP bekommen. Habt ihr das gehört? Ich habe Erfahrung bekommen. Yay. Und ab, äh, wieder rein bei Tromps. Die Stadt mit der Spitzhacker als Logo, die zwei mal übereinander gesteckt sind. Oh, toll. Aber man muss doch schon sagen, ja, die Wände sehen cool aus. Hm, also man kann sich eindeutig von, äh, anderen Leuten ziemlich gut was abgucken. Wie z.B. hier, so ein bisschen das Abgucken, aber so ein bisschen aufs Abkupf-Fern vor allem. Abgucken ist ja nicht genug, man muss es ja auch verwenden. Auf. 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 Mach auf, ich muss rein. No. Auf. Ah, ah, oh. Gott, zu viele Geräusche. Na ja, ich nehme mal eine mit. Und hier fahre ich auch mal eine mit. So, die werde ich erst benutzen. Und Teleportort. Teleport, natürlich. So, wieder da. Und doch so wenig gemacht. So, ich glaube, ich wusste, wie ich da reinkomme. Musst du dir den Knopf drücken. Dann geht die Tür hier auf. Yo. Dann, äh, sind wir hier drin, würde ich mal sagen. Dann sind wir hier drin und dann cutte ich diese Folge mal. Und zwar an einer kritischen Stelle wahrscheinlich. Aber, na ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Und bis hin. Haut rein. Und tschau. Und dann sind wir hier drin. Bis dann. Bis dann. Dann. Tschau.